Herzlich Willkommen in Schäfschens Geburtstagsstudio! Mäh! Hier vom Ose-Dommer-Strand in Albeck. Mäh! Eigentlich sollte ich hier an der Siebrücke in Herringsburg mein Geburtstagsstudio machen. Ich hatte da eine kleine Anfrage vom ZDF. Ich sollte hier auf die tolle Fußballbühne da gehen, ne? Aber da riecht man es zu sehr nach Affen, Mensch. Deswegen bin ich hier im schönen Allbeck am Strand. Meine Geburtstagswünsche gehen heute an meine Freundin Melanie. Es ist ein bisschen nachträglich, weil ich, naja, ich habe ein bisschen getrunken. Und da habe ich es vergessen. Ich will ehrlich sein, ich habe hier im Urlaub ein Schnäpfel getrunken und da habe ich es verpasst. Aber meine liebe Melanie, ich gratuliere dir ganz, ganz sehr zum Geburtstag, und ich habe dir auch ein ganz tolles Geschenk für dich hier. Guck, ein Sandstrand. Ganz viel Sand, ganz tollen, feinen Sand schenke ich dir. Muss nur vorbeikommen und abholen, mei. Solange er auch noch da ist, muss er vorbeikommen. Ich habe nämlich hier Insiderinfos gekriegt, mei. Dass hier eine riesengroße Welle auf den Ossi zusteuert, mei. Und dann ist vielleicht hier ganz Ossi dann weg, mei. Ich weiß es noch nicht. Und denen hier hinten gehen würde ich auch nicht sagen. Und wir gucken dann einfach mal, was passiert, mei. Nein, na dann so, ich muss jetzt noch ein bisschen Urlaub machen. Das heißt, ich muss meinen kleinen süßen Pops noch ein bisschen in die Sonne halten und vielleicht noch einen kleinen Cocktail schlürfen. Also ich wünsche dir noch ganz viel Spaß, meine liebe Melanie. Tschüssi, mei. Tschüssi. 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 Vielen Dank.